Heute möchte ich Euch die beste Süßspeise vorstellen die die Welt je gesehen hat. Es ist keine Produktplatzierung oder eine bezahlte Werbung, es ist einfach meine persönliche Erfahrung die ich mit Euch teilen möchte und muss. Es ist unglaublich wie perfekt diese Speise den Gaumen allumfänglich und vollmundig umschließt. Ich habe das noch nie erlebt und normal denkt man immer okay ich habe einen speziellen Geschmack und ein anderer findet eventuell diese magische Creme eben nicht so fantastisch. Aber auf der Revolution in Berlin habe ich die Menschen reihenweise am Proviantstand vor Begeisterung und in Ekstase fallen. Diese phänomenal intensiv leidenschaftlich kunstvoll abgestimmte Komposition vollendeter Zutaten wie echter Vanille, fermentierte Cashews und Kokosblütenzucker schmeckt einfach jedem Menschen der gerne auch mal was Süßes isst. Die Zutaten dieser grenzenlos gigantischen Süßspeise sind alle Bio und in Rohkostqualität. Der Geschmack ist angelehnt an Karamell. Aber diese Creme ist so viel intensiver, vollmundiger, frischer und geschmackvoller als alles was ihr je an süßem Zeug gegessen habt. Ich selber bin extrem kritisch vor allem was süße Dinge angeht oder einfach nicht gut abgestimmt sind und versucht wird mit irgendwelchen fancy Zutaten etwas extravagantes zu kreieren. Chilichoklade ist zum Beispiel so ein Schwachsinn, wo wirkliche Süßspeisengenießer einfach nur einen Kopf schütteln und sagen okay Überraschungseffekt toll, sowas irgendwelche Überraschungseffekte zu kreieren kann jeder, aber wahre Extravaganz und Meisterschaft in der Kreation einer Süßspeise liegt in der erstklassigen Zusammenführung feiner Zutaten zu einem begehrenswert beflügelnden, sinnlich lustvollen Erfahrungsschatz. Diese Creme macht genau das. Nach dem Öffnen hat man den charismatisch karamellisch malzigen Geruch in der Nase und wenn man den ersten Löffel probiert hat, dann explodiert das Gehirn und man gerät in einen Zustand der Harmonie und des Einsseins mit dem Moment, wenn man genau in diesem Moment sterben würde, wäre das vollkommen in Ordnung, wenn man einen Bissen der ultimativen Vollendung des energetischen Bewusstseins genommen hat. Dann, nach dem Moment der sinnlichen Transformation in Sein, kommt man in einen Rausch der Entzückung und der Euphorie. Hier ist Vorsicht geboten, egal wieviel man von dieser einzigartigen bedeutsamen Creme im Haus hat. Das Gefühl der Ekstase löst ein Fieber der alten konditionierten, ich will immer mehr Mentalität aus und entsprechend ist diese Creme für suchtgefährdete und sich nicht unter Kontrolle habende Menschen nicht geeignet. Diese Creme ist meisterhaft, makellos und in sich perfekt abgeschlossen, sie ist das beste hergestellte Süßprodukt was man kaufen kann. Hier wurde etwas geschaffen was keinerlei Konkurrenz hat und chronisch ausverkauft ist und die Produzenten überhaupt nicht hinterherkommen was die Nachfrage angeht. Man kann gar nicht in Worte fassen wie vollkommen brillant, erregend, gigantisch, grandios, grenzenlos wundervoll diese Creme ist. Ein Meer der Kostbarkeit in einem kleinen Glas, märchenhaft, fantastisch und das Tor zu einer neuen Welt. Die Creme gibt's nicht bei Amazon oder den großen Ketten, sie wird von einer kleinen tschechischen Firma produziert, die sich auf Rohkost spezialisiert hat. Die gibt's in verschiedenen kleinen Rohkostläden, Bioläden, Reformhäusern, ganz selten auch anzutreffen und in Online-Shops. Ich habe Euch den Link zu Proviant reingetan, wo ich auf der Messe mitgegessen habe und Proviant einfach ein toller Anbieter, die ihre Pakete mit so viel Liebe und Hingabe packen, dass ich sie immer wieder gerne supporte, ich habe da ja auch meine Süßlupin Samen bestellt, das Video verlinke ich Euch auch. Diese Creme ist der absolute Oberhammer. Es gibt für mich kein besseres Süßprodukt auf dieser Welt, was so geballt die Synapsen sprengt und in eine andere Dimension hält, als dieser Caramel Creme, die absolute Vollendung, Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Musik Musik Bis zum nächsten Mal.